klettere fünf mal innerhalb von fünf sekunden landet einfach hier bei der butterbude zum beispiel klettert hier einmal hoch zweimal hoch springt hier wieder runter dreimal hoch vier mal hoch und hier noch schnell aufs dach rauf so eine weitere möglichkeit wir da einfach klettern können zeigen jetzt sammelt ein wenig materialien am besten holz geht am schnellsten dann editiert ihr hier oben fenster auf so und jetzt klettert ihr ihr schafft es nicht hoch zu klettern da oben ja der balken im weg ist und so fällt ihr immer wieder hinunter und könnt wieder von neun klettern es müsste eigentlich auch so gehen auf jeden fall habt ihr da ziemlich schnell die aufgabe erledigt